Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser, die eine Seele haben. In unserer Staffel Strahlenfrei Leben geht es heute um Solarstrom, welchen Schaden dieser für den menschlichen Organismus anrichten kann, warum es besser ist, die Kollektoren auf das Nebengebäude zu platzieren, anstatt auf das Haupthaus und vieles mehr erfährst du heute. Und zu Beginn haltet euch etwas die Ohren zu, denn ihr hört gleich am Start Mobilfunkfällen eines Handys, wenn sie akustisch gemacht werden. Und nun viel Spaß euch. Wenn ihr ein Messgerät daneben legt und einfach nur mal zuhört. Sag mal, wollen wir das mal machen? Weil das hört man ja im Podcast. Ja. Können wir das mal demonstrieren? Hast du irgendwas da? Dann hole ich mal mein gutes neues Handy. Was ist das jetzt? So, das sind jetzt Hochfrequenzmessgeräte. Wenn du jetzt hergehst und einfach mal unsere Telefonnummer wählst. Deine? Ja. Oh Gott, ich wüsste deine nicht aus dem Kopf. Wählen wir. Also, dann machen wir jetzt 05516 in Österreich. 24671. Und jetzt gehen wir mal auf... Moment, das ist jetzt ohne Vorwahl. Du musst die Vorwahl nehmen. Nee, muss nicht. Das ist also jetzt mal rein akustisch, was der jetzt darstellt. Der ist... Ja, der ist jetzt aufgeraden. So, das machen wir mal beide aus. Dann ist es ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser, ja. Aber nicht wirklich viel, ja. Das ist halt einfach diese Thematik, dass wir mehr oder weniger diese Strahlung ja permanent um uns rum haben. Also, das heißt, wir haben so viele elektrische Geräte, die da am Funken sind, dass das akustisch wirklich ein absolutes Kauderwelsch ist. Ach so. Und wir machen das ja nur mess- und hörbar. Weil wir Menschen haben ja kein Organ dafür. Wir hören das ja nicht, wir sehen das nicht. Wir schmecken, riechen das nicht. So, und dafür haben wir halt dann Messgeräte und die zeigen dir einfach mal, was da los ist. Und die meisten stehen halt in ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer nur noch mit den Fingern in die Ohren und sagen, ja, mach das aus. Ja, das ist mitzlaut. Und aber genau so ist es. Und das Nervensystem empfindet das genau so. Das ist für das Nervensystem Stress. So, und jetzt wollen wir dann wenigstens diese acht Stunden Schlafzeit, Regenerationszeit, wollen wir diesen Menschen mal aus dem Störfeuer rausnehmen. Ja, damit der da mal seine Ruhe kriegt. Damit der eben nicht mehr mit den Fingern in den Ohren im Bett liegt. Ja, und das ist halt eben wichtig. Sag mir mal, hast du ein gutes Erfolgsbeispiel mal, außer deine Mutter, das wissen wir ja schon, aber von deinen Patienten? Erzähl mir irgendwas, was so nachhaltig bei dir einen Eindruck hinterlassen hat. Wir haben so viele Krebspatienten, die, also ich hatte in München zum Beispiel hatte ich eine ältere Dame, deren Sohn kam hierher zum Lernen. Und die Frau hat sieben Krebsoperationen überlebt, muss man eigentlich sagen, in den letzten 20 Jahren. Und der Sohnemann hat eine Kfz-Werkstatt in München. Der war also so genervt von der ganzen Schulmedizin, dass er sagte, also ich mag das jetzt einfach nicht mehr, ich suche mir da andere Sachen. Und dann hat er irgendwo was gehört und gelesen über Geovital und hat halt gesehen, dass wir auch Seminare machen und dass wir halt diese Dinge im Unterricht erklären. Und das fand er ganz gut und ganz schlau und ganz spannend und hat sich halt hier zum Seminar angemeldet. So, hat hier diese vier Tage Ausbildung gemacht, vieles Neues kennengelernt, vieles auch, die Zusammenhänge kennengelernt, warum ist das so und warum ist das so. Fand das super spannend und ist mit dem Thema dann auch nachher nach Hause gegangen. So, und ein paar Wochen später rief er mich dann an und fragt, du, wann bist du das nächste Mal in München? Hast du mal Zeit? Kannst du mal bei uns vorbeikommen und können wir zusammen mal messen? Und dann war ich bei ihm und war dann auch in dem Schlafzimmer drin und habe also dieses Doppelbett von seiner Mama eben vermessen. Und wir hatten also ein Gitternetzkreuzungspunkt auf der linken Seite von dem Bett, so in Bauchgegend und in dem rechten Bett Brusthöhe links. So, und dann sagst du, boah, das ist ja krass. Ich sag, wieso? Dann sagst du, ja, die Mama, die hat ja wirklich, ja, alles Mögliche im Bauchraum. Ja. Und der Papa ist letztes Jahr an Lungenkrebs links verstorben. Nee. So, und dann sagst du, ja, mei, wie gesagt, Ursache, Wirkung. Ja. Und diese Dinge, die wirken halt auf den Organismus ein, ob man das will oder nicht oder ob man das verstehen mag oder nicht, das ist völlig wurscht. Das interessiert die Krankheit nicht. Ja. Ja, und wenn da Leute stehen und sagen, das ist aber alles Quatsch, da glaube ich nicht dran, ja gut, dann ist es halt so, dann kann ich denen auch nicht helfen. Ja. So, im Endeffekt kommt sowieso jeder, also da braucht es halt bei dem noch vielleicht zwei oder drei oder vier Jahre Zeit, bis der Leidensdruck dann so groß ist, dass er sagt, okay, schmeiße ich meine Meinung über Bord, jetzt hole ich mir doch Hilfe. Ja, und dann gehen wir das Thema an und dann können wir auch was bewegen. Und dann bei der Mama, erzähl mal, wie ging es weiter? Naja, also diese Mama halt eben von ihm, die haben wir dann geschirmt und mit dem, das geschirmt wurde, war schlagartig Ruhe. Echt? Ja, und die rennt jetzt quietscht wieder rum. Meine Schwiegermama, also so habe ich meine Frau kennengelernt, ist dieselbe Thematik, die kam zu mir, weil sie eine Vermessung haben wollte oder eigentlich der Schwiegerpapa. So, dann haben wir das gemacht, also schon viele Jahre her und ja, so habe ich halt meine Frau kennengelernt. Wir haben jetzt zwei Kinder, zwei nette Buben. Und die wohnen in Friedrichshafen in einem, naja, wie soll ich sagen, in einem Hochhaus, so im neunten Stock oben. Und das sind alles Eigentümer von diesem Hochhaus. Also es sind eigentlich keine Mieter drin, sondern alles Eigentümer. Und die machen jedes Jahr so ein Fest draußen im Garten. Da holen die sich so ein kleines Zelt und dann wird gegrillt und Kaffee gemacht und Kuchen gemacht und solche Sachen. Und die Kinder, die finden das halt immer ganz lustig und wollen dann zu Opa und Oma Würstchen essen und mit den anderen Kindern ein bisschen spielen. So, jetzt ist Friedrichshafen T-City. Das ist ein Pilotprojekt von der Telekom. Das heißt, alles, was die Telekom neu auf den Markt bringen will, wird in Friedrichshafen ausprobiert. So, und wir sind jetzt da, es ist Sommer, und jetzt war gerade einen Tag zuvor ein Artikel in der Schwäbischen Zeitung über irgendeinen neuen Funk-Tralala, was die Telekom da am Ausprobieren war. Und die alten Herren saßen an einem Tischchen zusammen und waren am Diskutieren. Ja. Und unter anderem Karl-Heinz mit dabei, also mein Schwiegerfrau war. Und da ging es hin und her und so. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann sagt der Karl-Heinz, Mensch, wir sind doch blöd. Wir diskutieren hier die ganze Zeit im Nebel rum. Dabei haben wir ja unseren Strahlenexperten da. Ja. Komm, den holen wir mal schnell. Der kann uns erklären, was denn da eigentlich gemeint ist, was da in der Zeitung steht. So, und dann haben sie mich dazu geholt und dann habe ich denen das erklärt, um was das da geht. Das war eine neue Richtfunktechnik, die da ausprobiert wurde. Und die Männer waren halt am Erzählen und irgendwie kam, einer sagte dann, ja, und meine Frau mit dem Krebs. Ah, okay. Und der andere meinte dann, ja, und meine Frau auch mit dem Krebs. Aha. Und dann kam der Dritte und sagte, ja, und ich mit meinem Krebs. Und dann sage ich, Moment mal, langsam, also wie viele Krebsfälle haben wir denn eigentlich jetzt hier am Tisch sitzen? Ja. Und dann sagte er, ja, der hat das und die hat das und etc. pp. Und summa summarum, schwuppdiwupp, waren sechs Krebsfälle da. Ja. So. Mama war Nummer sieben, also Schwiegermama war Nummer sieben. So, dieses Hochhaus hat zehn Stockwerke. Mhm. Dann sagte ich, so, aha, ich setze jetzt mal eine Hypothese auf. Ja. Ja, ich meine, ich kenne euch ja überhaupt gar nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wo ihr da wohnt in dem Haus. So, ich stelle jetzt mal folgende Behauptung auf, ja. Alle diese Krebsfälle, wenn du reinkommst, durchs Treppenhaus läufst und vor den Hauseingängen stehst, ist es die linke Wohnung. Jo. So, gut. So, wenn du in das Schlafzimmer reingehst, ja, weil in dem Hochhaus sind alle Wohnungen gleich geschnitten. Ja. Ja, sind wir dasselbe. So, und ich sage, wenn du in das Schlafzimmer reingehst, gehst durch die Tür durch bis ans Fußende, drehst dich um und schaust jetzt auf das Bett. Dann ist es die rechte Bettseite und die ganzen Probleme sind alle im Unterbauch-Genitalbereich. So, dann war erst mal total schweigend, ja, nur noch offene Münder da, also, woher weißt du das, ne? Dann sage ich, was haben wir denn? Ja, ja, also die hat Blasenkrebs, Darmkrebs, Prostata, ja, dann haben wir wieder Darmkrebs, dem einen haben sie den Anus schon zugenäht und so weiter. So, meine Schwiegermama hat auch Darmkrebs, zweimal gehabt, ne? So, und das geht, da ist ein Gitternetzkreuzung, weil ich weiß das, weil ich ja bei der Schwiegermama vermessen habe, also, und diese Wohnungen sind alle gleich geschnitten und die Betten stehen auch alle an der einen Wand, wenn du reinkommst, zack, gleich auf der linken Seite, ne? So, und das geht quasi wie ein Bunsenbrenner von unten, zack, durch alle Wohnungen durch. Das ist ein Ding, ey, ne? Ja. Da waren die fertig mit dabei. Ja, wahrscheinlich. So, und dann haben wir im Endeffekt nachher von den sechs übrigen fünf geschirmt. Die eine Frau wollte nicht, die sagte, ne, da hält sie nichts davon, die lebt da nicht mehr, muss man hart dazu sagen. Und die anderen sechs, die sind happy, da ist nichts mehr gewesen. Das ist jetzt vier Jahre her. Das gibt's doch alles gar nicht, das ist doch der Wahnsinn. Das ist der Oberwahnsinn. Also, machen wir mal weiter an der Stelle. Total, danke, war absolut spannend. Eine Frage, ich hatte vorher noch gesehen, Photovoltaik, habe ich was gesehen. Was ist das? Das ist ja auch ein Thema mit von dir, aber was ist das Besondere? Ich habe da keine Vorstellung, erzähl mal etwas darüber. Also, ich bin ein absoluter Photovoltaik-Fan. Ja. Aber, man muss wissen, jede Technik hat Vorteile und Nachteile. Ja. So. Die Photovoltaik macht mir Strom, den ich gut gebrauchen kann, den ich auch haben will. Aber, sie macht mir natürlich eine Menge Strom. Ja. So, und das heißt, über so ein Kabel, da läuft ein ganzer Haufen Power drüber. Also, da sind wir schnell mal bei 700 Volt und mehr. Wenn ich jetzt zur Mittagszeit dieses Kabel an der Steckverbindung auseinandernehmen würde und hätte quasi beide Enden in der Hand, habe ich einen Schweißerbogen in der Hand. Okay. So viel Saft ist da draus. Das ist lebensgefährlich. So, und bei der Menge an Strom habe ich natürlich auch ein großes Magnetfeld. Ja. So. Man muss wissen, ich kann alles schirmen, außer Magnetfelder. Das ist das Einzige, was ich nicht schirmen kann. Mhm. Keine Chance. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, Magnetfelder zu schirmen, das ist Mumetal. Aber Mumetal, so wie ich das brauche, also ich brauche ein reines Mumetal, ist nicht bezahlbar. Ja. Ich habe da im Schrank so ein kleines Stückchen, dreimal drei Zentimeter. Ja. So groß, 800 Euro. Okay, gut. Okay, überzeugend. Forget it. Forget it. Ja. Also, das ist unbezahlbar. Wenn eine Universität kommt und sagt, wir brauchen für unseren neuen Physiktrakt einen reinen Raum, damit die Studenten da arbeiten können, dann wird eine Spezialfirma angeheuert, die dann so Mumetal da reinbaut. Das kostet x Millionen. Ja. Ja, das ist für einen Otto-Normalverbraucher undenkbar. Deswegen kann man auch zum Beispiel ein Trafohäuschen oder so nicht mit Mumetal einkleiden. Okay. Man kann eben nur gucken, entweder den Verursacher wegzunehmen oder Abstand zu gewinnen. Aber dann reden wir schon von 100 bis 150 Meter Abstand. Also, wenn ich jetzt ein Trafohr irgendwo in der Nähe habe oder eine Hochspannungsleitung habe oder eine Bahnleitung, eine elektrifizierte S-Bahn, U-Bahn, oder, ne, U-Bahn, nicht, aber S-Bahn zum Beispiel, eine Stadt oder so, Abstand, immer Abstand. Also, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, also, weil wir der Bauplatz suchen, sollte man darauf schon achten, dass man nicht in die Nähe nimmt, also in den Sendemasten. Ja, das ist halt eben das Thema. Deswegen ist eine Vermessung, diese eine Stunde, wo man sich mal eben schnell einen Geobelogen holt, der sich mal kurz den Bauplatz anguckt, die ist schon wichtig, weil damit weiß ich im Grunde genommen, womit ich es zu tun habe. Und gestern, wo wir also da in Markdorf vermessen haben, da hatten wir zwei Grundstücke zur Auswahl. Super, das ist natürlich perfekt. Und bei einem lief also die Stromversorgung der ganzen neuen Anlage da, ich habe keine Ahnung, 30 oder 40 oder 50 Häuser, die da dran hängen. Die lief genau dort am Bürgersteig durch. Unter der Erde wahrscheinlich. Unter der Erde als Erdkabel war noch so ein kleiner Versorgungsschacht da mit einem Deckel drauf. Und da lief halt eben diese Hauptleitung, die natürlich dann großflächig auch in das Grundstück einstrahlte. Und deswegen war eigentlich diese Option von diesem zweiten Grundstück eigentlich sofort raus aus dem Rennen. Okay. Auch Stromleitungen, die praktisch übers Haus gehen? Über Landleitungen genauso schlecht. Also das ist wirklich furchtbar. Was macht man denn jetzt? Ich habe jetzt irgendwo beim Landsberg habe ich jetzt ein Bauvorhaben. und da hängt, die haben noch praktisch Stromkabel über Dachständer und ich kriege es auch nicht unter die Erde. Also ich muss den Dachständer, das Haus wird jetzt abgerissen, wird ein Neubau gemacht und die müssen wieder die Masten hinstellen. Also du kannst wirklich nur mit dem Stromversorger ins Gespräch gehen und sagen, okay, wir fangen das quasi vor dem oder an der Grundstücksgrenze mit einem Pfeiler oder mit einem, wie sagen wir, mit einem Holzstück ab, nehmen es dort auf und tun es dann quasi über ein eigengelegtes Erdkabel ins Gebäude reinführen. Und das Erdkabel ist aber besser als das? Immer, 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 weil Masse da ist. Immer Masse, Masse, Masse ist wichtig. Okay, gut. Und wenn die sich da dumm stellen oder quer stellen, dann immer mit dem Argument kommen Elektrosensibilität. Das ist ein Punkt, den mögen sie gar nicht. Und wenn es hart auf hart kommt, dann lieber im Vorfeld vorsorgen oder schon mal so ein bisschen Hausarzt, Neurologen einspannen. Einfach mal hingehen und sagen, oh, ich habe so Kopfschmerzen, immer so Kopfschmerzen und ich fühle mich nicht wohl. Einfach dem was vorjammern. Der soll dann ein paar Untersuchungen machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann sagt man dem immer dann, wenn ich ein Stromkabel habe oder wenn das WLAN eingeschaltet wird, dann ist es furchtbar, furchtbar. Und irgendwann kriege ich dann meinen Attest Elektrosensibilität. Wenn ich das habe, dann habe ich die besten Chancen beim Energieversorger, weil der Energieversorger darf nichts machen, was deiner Gesundheit schaden würde. Ah, okay. Eine Abstandsempfehlung, die man vor 30, 40 Jahren mal gesetzt hat, wo man sagt, da ist man in den meisten Fällen einer Messung raus. Das kann sein, das kommt immer darauf an, wie viel Strom da drüber geht, also die Menge. Das kann sein, dass du schon nach 70 Metern oder 50 Metern schon safe bist. Also sag mal, das ganz Tödliche ist doch, wenn du in der Nähe so eine Transformationsstation, wo es ein Umspannwerk heißt das. Ja, aber auch da ist dasselbe. Das sieht nur optisch ein bisschen hässlich aus. Sieht nur groß aus. Okay, auch 150 Meter. Aber schau her, du hast hier zum Beispiel ein Trafo. Ja. Das ist ein Wohngebiet. Und bei der letzten Messung vor 10 Jahren wegen mir, hat man festgestellt, okay, man könnte sogar 40 Meter an den Trafo ran. Und da ist unmittelbar dran ein Grundstück. So, dann warst du in den ganzen Jahren, in den letzten 10 Jahren waren die 40 Meter völlig ausreichend. So, und nebendran hat man jetzt aber ein neues Wohngebiet gemacht. Da kommen jetzt nochmal 15 Häuser dazu und die werden an den gleichen Trafo drangehängt. Ach so, okay. Und damit verdoppelt sich zum Beispiel jetzt die Stromabnahme und jetzt hast du keine 40 Meter mehr, sondern jetzt brauchst du 80 oder vielleicht sogar 100 Meter. Ja, verstehe. Und jetzt hängst du drin. Ja. Und deswegen sagt man immer, lieber mehr Sicherheitsabstand als nachher zu wenig. So, jetzt haben wir stehen geblieben bei unserem Magnetfeld. Ja, also Photovoltaik. Photovoltaik, Magnetfeld, genau. Weil das habe ich ja relativ oft, dass die Leute gerne Photovoltaik wollen oder wenigstens vorbereitet. Also Photovoltaik auf dem Dach heißt im Grunde genommen, dass ich über die Leitung natürlich da ein starkes Magnetfeld bekomme, was jetzt runtergegeben wird an den Wechselrichter. Prinzipiell keine gute Geschichte, weil natürlich dann Kinderzimmer zum Beispiel oder auch Schlafzimmer eben unter dem Dach sind. Ich habe dieses Problem nur am Tag, nicht in der Nacht. Ach, cool. Ja, stimmt. Nacht, keine Sonne, kein Strom, geht nichts. Ah, cool. Aber speziell bei Kinderzimmern ist es natürlich ein heikles Thema, weil die Kinder da oben halt gerne spielen und sich da viel aufhalten. Oder ich habe eine Dachgeschosswohnung und die Hausfrau ist zu Hause. Oder ich habe ein Homeoffice, was viele auch unter dem Dach haben und hocke halt eben da meine sechs Stunden oder meine acht Stunden und bin meine Arbeit zu Hause am machen. Da ist es ein Problem. Grundsätzlich muss man das halt abwägen. Auf jeden Fall ist es, weil ich habe ja ein Spannungsfeld und ein Magnetfeld. Ich habe ja zwei Dinge, die da produziert werden. Das Spannungsfeld kann ich mit dem GPA-Gewebe oder innen drin mit der Farbe abfangen. Das kriege ich weg. Das Magnetfeld nicht. Wenn denn unbedingt eine Photovoltaik aufs Dach muss, dann lieber beim SIGI nachfragen. Der SIGI hat das raus, wie man mit der Kabelführung 90 Prozent der Magnetfeldbelastung wegkriegt. SIGI ist der junge Mann, der uns vorhin gestört hat übrigens. Ja, der SIGI ist Dozent bei uns. Der macht also unsere Photovoltaik-Seminare. Alle anderen Solateure, ich frage mich nicht warum, es kriegt keiner hin. Also hole ich mir einen Wald- und Wiesensolateur oder einen Installateur, der mir da irgendwas obendrauf macht, wird nur Banane gemacht. Was ist denn der Unterschied dann? Kann man das überhaupt erklären? Du kannst ein paar Eckdaten sagen, was der Unterschied ist. Also im Grunde genommen ist es wie diese Geschichte mit den Wellen. Dass wenn du die Kabel richtig führst, dass sich diese Felder gegenseitig aufheben oder eliminieren. Ah, okay. Und dadurch kriege ich es runter. Okay. Und das messt ihr dann auch? Das kannst du messen. Das kannst du messen. Und dann ist es auch nachweislich, dass es dann praktisch weniger Magnetfelder sind. Ja, und der Sigi ist nun mal selber Geogloge, hat einen Bauernhof sich mal zugelegt und hat da eine riesengroße Photovoltaik drauf gemacht. Und hatte natürlich als Eigeninteresse schon gar keine Lust auf große elektrische oder magnetische Felder. Und hat dann also an seinem Haus so lange rumgetüftelt, bis er die Dreh raus hatte, wie er das macht. So ist das entstanden. Genau, so ist das entstanden. Und von daher, also alle, die hier in unserer Gegend sind, schicke ich Sigi hin und die sind auch alle zufrieden und begeistert. Okay, wir verlinken Sigi hier unten in den Show Notes dann dazu. Ich danke euch für das Zuhören. In der nächsten und vorerst letzten Folge geht es um Elektroautos und die dazugehörigen Ladestationen. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, abonniere am besten meinen Podcast und sei bei den spannenden Geschichten live dabei. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst und diesem Podcast bei iTunes eine Bewertung gibst. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir das Beste und vielen Dank nochmal fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.